Dieses Video aus Indien zeigt, was kollektive Kraft zu leisten vermag. Hier wird ein fast kompletter Zug von Menschenhand geschoben. Als auf der Strecke von Saharanpur nach Delhi in der Lok ein Feuer ausbricht, handelt das Bahnhofspersonal schnell. Kurzerhand werden die Zugmaschinen und zwei schon brennende Waggons abgekoppelt. Den Rest des Zuges schieben Bahnarbeiter und Passagiere mit reiner Körperkraft vom Brandherd weg, um das Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Ursache des Brandes soll nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss gewesen sein. Die Polizei alarmiert sofort die Feuerwehr. Als wenig später die Einsatzkräfte am Brandort eintreffen, befindet sich der Zug schon in Sicherheit. Trotzdem brauchen die Feuerwehrleute Stunden, um das Feuer zu löschen. Durch das schnelle Handeln wird zum Glück kein einziger Fahrgast verletzt. Alle Passagiere können rechtzeitig aus dem Zug aussteigen.